Ich bin dann überrascht, das ist die neue FDP, wenn man umblättert und Sie begründen das Ganze mit dem Jugendschutz. Also FDP und Jugendschutz, das ist so wie Salafisten und Frauenrechte. Ich glaube, dass alle das verstanden haben, dass wir dieses nicht glauben und ich sage mal aus eigener Erfahrung. Herr Senator, ich möchte noch sagen, dass der Vergleich, den Sie gerade genannt haben, nicht sehr glücklich war. Herr Präsident, ich möchte die heutige Sitzung nicht beenden, ohne mich zu entschuldigen, so war das nicht gemeint gewesen.